Best for Soil – Anerobe Bodenentzeuchung Vor- und Nachteile Ich werde Sie über die Vor- und Nachteile der anaeroben Bodenentzeuchung, kurz AST, informieren. Wenn Sie nicht wissen, was AST ist, schauen Sie sich das Best for Soil-Video mit praktischen Informationen zu AST an. Was ist AST? Der Begriff AST bedeutet Anerobe Bodenentzeuchung. Diese Methode schafft zeitlich begrenzte Anerobebedingungen in der obersten Bodenschicht. Die meisten Krankheitserreger und Nematoden sind nicht in der Lage, solche Zustände zu überleben und sterben daher. AST ist die Aufbringung von einer Tonne frischem Pflanzenmaterial, Gras- oder Gründünger, pro Hektar und Zentimeter Bodentiefe. Oft sind 40 Tonnen pro Hektar in 40 Zentimeter Bodentiefe eingearbeitet. Der Boden sollte nass sein oder bewässert werden. Die Oberfläche ist mit VIF, einer luftundurchlässigen Folie, abgedeckt. Abhängig von den Zielorganismen sollte der Prozess maximal sechs Wochen andauern. ASD ist sehr wirksam bei der Bekämpfung vieler Nematodenarten. Beispielsweise nehmen Wurzel-Nematoden, Kartoffel-Zysten-Nematoden, Wurzel-Knoten-Nematoden, Meloedogyne-Chitwudi, Phallax und Inkognita und sogar der Stamm-Nematode, die Tulenchus disbazii, stark ab. Die Pilze Rhizoctonia solani AG3, Verticillium dahlia und Sclerotinia sclerotiorum überleben eine gut durchgeführte ASD nicht. ASD wird erfolgreich im Erdbeeranbau zur Bekämpfung von Verticillium dahlia und beim Spargelanbau zur Bekämpfung von Fusarium oxysporum FSP asparagi angewandt. Da nur organisches Material und Wasser in den Boden eingebracht werden, verbleiben nach dem Entzeuchungsprozess keine unerwünschten chemischen Substanzen im Boden. Der Boden wird nicht wie nach dem Dampfen sterilisiert. Viele Nützlinge überleben ASD und erholen sich innerhalb weniger Tage, einige sogar innerhalb weniger Stunden nach Entfernung der Folie. Einige Arten werden nicht durch ASD geschwächt. Beispiele sind die Trichodoriden, auch freilebende Nematoden genannt, die das Tobacco-Rattle-Virus übertragen. Auf Rhizoctonia AG2, das in Karotten und Zuckerrüben enthalten ist, hat ASD keinen Einfluss. Probleme mit Pythium können nach ASD schlechter werden. Bevor Sie ASD anwenden, müssen Sie also wissen, welche Schädlinge oder Krankheiten im Feld auftreten und prüfen, ob ASD wirksam ist. ASD ist bei Bodentemperaturen unter 15 Grad Celsius nicht wirksam. Dies bedeutet für die nördlichen Länder, dass die Methode während der Sommersaison angewendet werden muss. Um ASD zu implementieren, müssen Sie eine Vorfrucht wählen, die früh geerntet wird, zum Beispiel Salat, Erbsen oder Wintergerste. Die nahezu undurchlässigen Folien, VIF, müssen auf Beschädigungen überprüft werden. Löcher sollten so schnell als möglich repariert werden, weil Sauerstoff in den Boden eindringt, was die Wirksamkeit verringert. Die Folie kann nur einmal verwendet und nicht recycelt werden. Dies macht das Verfahren teuer. Nach Alternativen wie einer sprühbaren Beschichtung oder anderen Kunststoffen, die recycelt werden können, wird bereits geforscht. Momentan ist diese Methode für hochpreisige Kulturen wie Spargel, Erdbeeren oder für die Behandlung von Ersteinführungen auf kleinen Flächen geeignet. Auch nützliche Bodenorganismen, die regelmäßig Sauerstoff benötigen wie Regenwürmer, überleben den ASD-Prozess nicht. und dann noch mehr Ghana oder für die Behandlung von Erdbeeren hinzuwerfen, Also wir sehen uns